Heyo, was geht liebe Gravity Community? Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im super heißen und super staubigen Green Hill Bike Park zum Launch des Rocky Mountain Slayer. Das ist das kanadische Freeride Bike mit 180 mm Federweg, brandneu. Was das gute Stück kann, erfahrt ihr in diesem Video. Ich glaube, zu Rocky Mountain muss ich euch gar nicht mehr so viel sagen. Es ist eine kanadische Marke, die schon seit Jahren in der Branche bekannt ist. Hat ein sehr erfolgreiches EDR-Enduro-Team. Hier jetzt das Freeride Bike geht in die nächste Generation. Wie schon erwähnt, 180 mm Federweg sollte somit zum Ballern einladen. Wir starten wie immer mit der Optik und den Features. Deswegen steht hier hinter mir auch noch das alte Modell. Denn das Bike an sich hat sich optisch gar nicht mal so sehr verändert. Klar, so ein paar Kleinigkeiten. Es ist, Achtung, länger und flacher geworden. Aber wir haben auch ein paar neue Features. Unten im Rahmen haben wir jetzt hier so einen kleinen Knick. Den haben wir beim alten nicht. Das heißt, hier sollten Trinkflaschen ein bisschen besser in den Rahmen reinpassen. Da der Mount für die Trinkflaschen ein bisschen weiter nach unten gewandert ist, haben wir so eine sogenannte Penaltybox. Kommt aus dem Eishockey. Ihr habt quasi einen Kofferraum im Bike, wo ihr eure Tools verstauen könnt. Rocky Mountain packt hier auch so zwei Taschen rein. Da ist zum Beispiel jetzt hier ein Ersatzschlauch drin. Hier könnt ihr eure Tools reinpacken, wie Salami, CO2-Flaschen. Was ihr braucht. Unten ist dann immer noch Platz für eine Flasche. Heißt für Leute wie ich, die es hassen mit Rucksack oder zu fahren oder zu viel Speck auf der Hüfte haben, für ein Hip-Bag. Die werden es lieben. Ich liebe es auf jeden Fall. Ansonsten richtig nice. Keine durchs Headset verlegte Leitung. Hier ist alles intern verlegt. Die Züge und Leitungen werden durch Kanäle, die im Carbon-Rahmen sind, gezogen. Ansonsten alles, was man bei einem Bike für den Einsatzbereich braucht. Wir haben einen guten Kettenstrebenschutz. Wir haben unten im Tretlagerbereich auch einen Schutz. Und optisch meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich nice. Wir haben typisch Rocky Mountain immer noch das Aron-Blatt am Bike. Wir haben eine richtig schicke Farbe. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie die genau heißt, aber es ist so ein Mint-Grün-Blau gemischt mit einem schönen Rot, das so Glitzer-Flex drin hat. Gefällt mir wirklich saugut. Und ja, wenn das Bike gut aussieht, macht es natürlich auch noch mehr Spaß zu fahren. So, weiter geht es mit der Geometrie. Wie schon erwähnt, länger und flacher ist die Kiste geworden, also moderner. Das sieht man allein schon am Lenkwinkel, 62,5 Grad. Das ist schon eine Ansage, das ist wirklich extrem flach. Das haben manche Downhill-Bikes nicht. Wir haben typisch Rocky Mountain, ein ordentliches Geometrie-Verstellsystem. Hier das Ride4-System. Hier habt ihr jetzt vier Einstellmöglichkeiten. Euer Lenkwinkel variiert so zum Beispiel von 62,5 Grad bis 63,3 Grad. Da könnt ihr also ein bisschen spielen. Das wirkt natürlich ein bisschen auch auf die Tretlagerhöhe aus. Und ihr habt hinten an der Hinterradachse einen Flipchip, mit dem ihr euren Hinterbau verlängern könnt. Und der Reach variiert, je nachdem wie ihr euer System eingestellt habt, in der Rahmengröße LG von 474 bis 484 Millimetern. Der Sitzwinkel ist steiler geworden. Wir sind jetzt hier bei 77, 78 Grad. Heißt, wenn ihr bergauf treten solltet, was wir jetzt hier im Bike Park Winel natürlich irgendwie gar nicht gemacht haben, sollte der eigentlich auch passen. Weiter geht's mit den Komponenten und der Ausstattung. Ich bin mir jetzt hier gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es die C50 oder die C70 Variante ist. Ist auf jeden Fall die Carbon Variante mit der Fox Performance 38 an der Front 180 Millimeter und dem Fox DHX2 Coil Dämpfer am Heck. Was wir auch gehört haben in den letzten Tagen ist, dass man das Bike theoretisch auf 200 Millimeter umbauen kann. Dazu kommt noch ein neuer Link hier hinten hin, den man nachträglich kaufen kann. Heißt, ihr könnt euch so ein richtiges Downhill-Bikepark-Ballerbike bauen mit einer Downhill-Gabel an der Front. Also ziemlich cool, finde ich. Was ich eben in der Geometrie vergessen habe, die kleinen Größen sind Mullet, heißt 27,5 mm am Heck, 29 an der Front. Die größeren Varianten 29. Wer aber Bock hat, ein bisschen wendigeres Bike zu haben, der kann sich die Kiste auch auf 27,5 mm umbauen. Weiter geht's mit den Bremsen. Wir haben hier SLX-Bremsen von Shimano. Die funktionieren tadellos. Die haben jetzt hier im Green Hill auch auf den etwas steileren Strecken richtig gut funktioniert. Auch das Schaltwerk, das Shimano SLX-Schaltwerk, hat keine Wünsche offen gelassen. Ansonsten Rocky Mountain-typisch sind noch ein paar Race-Face-Komponenten verbaut, zum Beispiel die Kurbel und die Vario-Sappenstütze. Bei den Reifen hat Rocky Mountain-Mail-Nacht eine richtig gute Wahl getroffen. Double-Down-Karkasse heißt, ein bisschen Pannenschutz, ordentlich Pannenschutz. Ihr könnt draufhalten, die Reifen halten einiges aus. Und eine sehr beliebte Mischung mit dem Assegai an der Front und dem Minion DHR2 am Heck. Heißt, egal welche Wetterbedingungen, hiermit solltet ihr auf jeden Fall ordentlich Grip haben. Preislich startet die Alu-Variante bei 5.400 Euro. Wenn ihr das High-End-Bike haben wollt mit Fox Factory Fahrwerk, Carbon-Rahmen, Hinterbau ist auch Carbon. Übrigens, der ist jetzt bei den Carbon-Modellen immer aus Carbon. Bei den alten war es noch Alu. High-End-Modell 11.500 Euro, Carbon-Frameset 4.700 Euro. Kommen wir zum spannendsten Teil und zwar dem Fahreindruck. Wie gesagt, wir sind am Green Hill Bike Park. Hier gibt es massig Airtime. Es gibt auch ein paar wurzelige Strecken und ein bisschen steilere Sachen, die schon echt auch Laune machen. Ein kleines Problem, das wir bei den Bikes hatten, war, dass die Feder einen Ticken zu weich für ein Teil von uns waren. Somit kann ich nicht ganz so viel zum Fahreindruck sagen. Aber wir bekommen in ein paar Wochen das Rocky Mountain Slayer nochmal zum Testen für auf die Hometrails. Heißt, da wird ein ausführlicherer Test bei uns erscheinen. Was wir aber schon im Voraus so ein bisschen sagen können, es ist ein 180mm Bike, aber es fühlt sich nicht so krass nach einem Freeride Shred Bike an, wie wir es gedacht haben. Es ist ziemlich wendig, ziemlich poppig, wie so ein bisschen so ein Enduro auf Steroiden. Zum Beispiel der Eric, das ist hier der Local Shredder, den habt ihr auch in den Action Shots gesehen. Der kam damit sehr gut klar und hatte einigen Spaß auf den Sprüngen hier. Ich habe mich ein bisschen wohler auf den Würsteln gefühlt und auch da hat das Bike bisher ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, einen richtigen Eindruck zum Fahrrad und zur Fahrperformance können wir somit noch nicht sagen. Was wir aber sagen können ist, es sieht verdammt gut aus. Wir hatten eine richtig gute Zeit im Greenville Bike Park. Danke an den Flo von Rocky Mountain, dass er uns die Chance gegeben hat, hier ein bisschen dabei zu sein und mitzufahren. War eine richtig gute Zeit und wie gesagt, alle Infos zum Bike wie Komponentenausstattung, Geometrie, Modelle verlinke ich euch in der Videobeschreibung und ein ausführlicher Fahrbericht erscheint in Zukunft auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, liked und subscribed oder wie man so schön sagt, wir freuen uns auf euer Feedback. Vergesst bitte kein Abonnement dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. .